Weil die Russen nix decken können. Vielleicht sind das Polen, die sich als Russen ausgeben, damit jeder denkt, Polen. So macht man das. Und sie hat dann regt. Nie im Leben. Junge, der hat gerade Bretter verteilt, Kirrell. NIE im Leben. Der hat gerade Bretter verteilt, das können manche Pro-Spieler nicht. Das war lustig. Das sah gerade ehrlich aus wie Hackstay. Und ich hab auch das Band. Alter. Ich meine echt, der hat vorhin die ganze Zeit angesagt und die Gegner waren. Das war gerade richtig krank. Ja und Junge, wir haben das zwei Monate nicht mehr gespielt zuerst. Klasse! Wie verteilst du nicht solche Blätter? Wir haben nicht mehr mehr einen Rank, glaube ich. Auf dem Main. 20 Sekunden. Mitte. Push, wir müssen pushen. 10 Sekunden. Netter Klatsch. Letter Klatsch. Nie im Leben, was der gerade zu Bretter verteilt wird. Das wäre gut. Gut.